Das Problem ist, den würdest du selber nicht mehr finden. Wahrscheinlich, weil der so geheim ist. Oh Mann, ey. Ich erinnere dich bloß daran, ähm, Seilbahn und so, ne? Warum, was war denn? Frag Mel. Mel, was war denn los? Der hatte gedacht, dass ich die jetzt irgendwo in die Ecke bringe. Der wollte nicht aus dem Auto steigen. Oh Mann. Ich meine die Orientierung. Achso, ja, wir werden vielleicht fast in den Abgrund laufen, weil ich mich verlaufen habe. Auf nem Berg. Und vorher erzählt sie noch so, ja, da oben werden so viele Menschen gemisst. Ich weiß jetzt noch mal, wo... Weil die haben Orientierung wie ne Bob-Wurst... also wenn irgendwelche tatverdächtigen verschwinden mit den wäldern weißt du bescheiden wo die sind ja ums eck mal ganz kurz ich wollte nicht aus dem auto strecken habe ich dich aus versehen runtergestoßen sorry du kommst gleich unten auf in 20 minuten